Hallo, ich bin Jonas, ich bin zwölf Jahre alt und mein Sport braucht es. So, da ist alles gesehen, aber stimmt, etwas ganz wichtig fehlt es ja noch. Und manchmal hat man fast viel von dem. Wenn der Schnee fällt, kann man noch helfen. Wenn es sich fällt, kann man leider nicht noch helfen. Zum Glück gibt es heute Tagsvideos. So, jetzt nehmen wir euch mit auf eine sonnige Fahrt im Park und in eine Pipe. Das mit dem Fliegen und den Tricks aus den Rails ist für mich fürs Computerspiel, aber es ist draussen und es macht mir viel mehr Spass, als einfach so am Computer zu sitzen. Ich bin viermal Junioren-Schwizermeister geworden in der Halfpipe und im Slop-Style. Bei den Erwachsenen bin ich sogar dritten geworden. Dieses Jahr darf ich nach Amerika zum US Open, dem wichtigsten Kids-Event auf der Welt. Und dazu fehlt mir leider ein bisschen zu Geld. Wegen dem fände ich es voll cool, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Das war's. Wasp-Style. Wie ist jetzt? Ja. Wie ist jetzt? Wasp-Style. Wie ist jetzt? Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020